Musik Moin, heute haben wir mal wieder einen AK-Klon WBP Jack im Kaliber 223 Rem Heißt, sportlich zugelassen, aufgrund des Kalibers Ein AK-Klon, einer von den wenigen, muss man ganz ehrlich sagen Der, wenn er neu kommt, auch aussieht, als ob er neu wäre Das ist ja leider nicht immer so der Fall Hier ist es so, das Ding sieht tatsächlich aus wie eine Neuwaffe Also wenn man sich das anguckt Das Holz Kannst nicht maulen Die ganze Qualität der Waffe sieht wirklich ordentlich aus Klar, bleibt ein AK Das wird optisch natürlich nicht an eine AR-15 oder an irgendwas anderes rankommen Was die Verarbeitung angeht Also ihr habt auch bei der WBP, muss man der Ordnung legen, hier zu sagen Schöneres Holz, ganz klar Schönere Verarbeitung Ordentlich brüniert Alles kein Thema Aber natürlich auch hier zum Beispiel Solche Kanten, wo man sagt Kann man das nicht noch anpassen Im Großen und Ganzen ist es tatsächlich der erste AK-Klon, den wir hier haben Der auch aussieht wie eine neue Waffe Man in Pol Von WBP Die bauen für den Zivilmarkt Genau wie für alle anderen Märkte irgendwie Ihr habt hier eure Aufnahmen für Gewährrieben 223 ist rebeltauglich In dem Fall auch sportlich zugelassen, wie schon gesagt Ihr habt hier eine sauber verarbeitete Visierung Kimmelkorn Ist halb Kimmelkorn Der Abzug Ja so wie bei den ganzen anderen AKs auch Kriecht so vor sich hin und bricht dann irgendwann Warum man das jetzt nicht hinbekommt, dass der Griff zumindest so halbwegs die Farbe trifft Vom Holz Keine Ahnung Oder das Holz, die Farbe vom Griff Das muss man mal in Polen nachfragen Bei HK zum Beispiel ist es ja auch so Bei der RAL 8000 Waffe, die sagen ja auch diese fünf verschiedenen Farben Das ist halt so, weil der Untergrund auch nie gleich aussieht Sauber verarbeitet ist sie allemal Kommt mit hauseigenen Polymer Magazin Zehn Schuss Die gehen auch von Anfang an sehr sehr sauber rein Das hat man ja bei anderen AKs auch schon Dass du da erstmal so drauf rumtrömmern musst Bevor da überhaupt irgendwas passiert Hier keinerlei Probleme Ob da der Alpha Grip auch dran geht Das gucken wir dann mal auf den Skistand fahren Das haben wir alles schon schlimmer gesehen Von der anderen Seite sieht sie auch ganz ordentlich aus Warum keine Verpackung Warum kein Plastik Ganz einfach Die kommt so Das ist alles Im Verhältnis zu dem was wir bisher gesehen hatten An AKs Richtig stimmig Und Sieht echt gut aus Bis auf diesen Griff Der das Ganze So ein bisschen Kaputt macht Möchte ich schon fast sagen Die WBP sind nicht die günstigsten am Markt Kurzform Auch wenn es sowieso schon jetzt ganz kurz war WBP Gut verarbeitet Griff passt nicht wirklich zum Holz Das passt tatsächlich bei allen so Das ist die Holzvariante in 223 Die Poly Kramen wir gleich auch nochmal raus Kommt dann in einem extra Video Lavenden Zum تم 확인 言 Ich 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 Und Ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020